Moin Leute! Moin! Herzlich Willkommen auf unserem Kanal, machte leicht gemacht. In den letzten Videos haben wir euch so ein bisschen was erklärt zur Trigonometrie, zum Sinus, Kursus und Tangents, wie man das Ganze anwendet und jetzt gibt es mal eine Textaufgabe, so wie sie mal in einer Arbeit reinbekommen ist. Hier habt ihr sie. Kleiner Tipp von uns, macht euch eine Zeichnung, zeichnet euch das auf und schaut, was ihr da haben wollt. Probiert mal und pausiert. So, das Erste, was ihr immer macht, ihr müsst ein rechtwinkliges Dreieck suchen. Wo findet ihr hier das rechtwinklige Dreieck? Guckt hin, hier ist es. Ja, das braucht ihr. Hier ist der rechte Winkel und jetzt müssen wir gucken, was ist gegeben und was ist gesucht, welche Seite haben wir. Ihr seht auf jeden Fall die Länge des Schattens, ist hier das Blaue, das ist die Länge und das ist hier X, ist die Höhe. Und, geht's gut? Ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. Hier, ein bisschen Abwechslung, der Winkel. Das ist der Winkel, mit dem die Sonnenstrahlen auf den Boden treppen. 25 Grad. 25 Grad, ja. Ich glaube, wir haben schon Langeweile. Gut, dann haben wir hier 25 Grad, also 30 Meter ist der Schatten und das ist die Höhe. Hier ist der rechte Winkel und das ist die Hypotenuse. So sieht's aus. Also, Handkathete und Gegenkathete, gucken wir uns an, kann nur der Tangens zusammenbringen. Ja, das schreiben wir so auf. Tangens Alpha ist gleich X zu A. Ihr könnt auch von mir aus gleich die Werte einsetzen. Tangens 25, das ist ja nämlich unser Winkel, ist gleich Gegenkathete zur Handkathete. Gut, und jetzt einfach nur noch mal 30 rechnen, weil die 30 hier unten im Nenner steht. Zack, X ist gleich 30 mal Tangens 25. X ist ungefähr 14 Meter, ist der Baum hoch. Vielleicht habt ihr den Fehler auch gemacht und ihr habt euch kein Dreieck eingezeichnet. Das kann natürlich sein. Und dann kriegt man die Aufgabe auch nicht hin, wenn man das Dreieck nicht findet. Und ich würde sagen, in den nächsten Videos wird es immer ein bisschen anspruchsvoller, das Dreieck zu finden und zu suchen und genauso wird es euch in Arbeit auch gehen und deswegen ist das eine super Vorbereitung. Ich weiß auch schon, wie es euch jetzt geht. Ihr denkt euch, nein, das gibt keine Aufgabe mehr. Doch, es gibt eine im nächsten Video. Keine Angst. Einfach dranbleiben und schaut es euch an. Bis gleich. Ciao.